hallo zusammen hallo freunde ich habe es wahr gemacht ich habe jetzt ketten gefunden und zwar es wird weihnachten übrigens danke sandy vielmals für die spende und ich habe es auch wahr gemacht und bei pix raus als so ein euro laden 2 49 ich habe die ketten hier raus gemacht weil ich keinen anfang gefunden habe aber sind zehn meter ketten sind aus plastik und schön leicht und dadurch funktioniert es auch besser ich zeige euch nämlich dann das bild habe hier noch mal für 269 die sind ein bisschen eckiger das sind so goldene ketten ok was ich heute mache mit pb und die farben zeige ich alle im bild ich habe musik neben mir laufen lassen dadurch kein ton von mir und lasst euch überraschen ich finde es ganz cool geworden was ich schon im vorfeld sagen kann ich habe silber als hintergrund genommen und dieses pearl violett von amsterdam und ich finde es gibt einen guten effekt einen guten shimmer und durch dieses pb medium seht ihr auch die farben schon von anfang an besser und ohne silikon hat aber doch das ziehen wahrscheinlich oder ist dieses pb leichte zellen gegeben also lasst euch überraschen bis gleich und 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 Amen. 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 Amen.